Jungs, zuhören! Wir haben ein neues Ziel erhalten. Shaka der Schreckliche heißt er. Pfff, Schreckliche. Wenn der wüsste, was ich alles gesehen habe, würde er sich nicht der Schreckliche nennen. Aber egal. Er ist ein Karagor-Reiter. Also werden wir ihn von seinem hohen Karagor herunterholen. Und das werden wir damit erreichen, indem wir ihn in eine Falle locken. Und dort könnt ihr gleich mal zeigen, was ihr in meinem Training gelernt habt. Hey! Auf hin, Jungs! Zeit für meinen Abgang, wie es scheint. Oh, nein! Auf hin, Jungs! Ich kenne dich. Auf hin, Jungs! Oh, nein! Oh, nein! Let進! Wusher schrecklich! Endung! Du hast eine wirklich gute Verfolgungsjagd ruiniert. Aber damit setzt du ein wirklich gutes Abschlachten in Gang. Erheben Sieg! Erheben Sieg! Erheben Sieg! Jetzt ist er aber sauer! ich kann jemand diesen tag aufschließen holen wir ihn uns das habt ihr sehr gut gemacht jungs euer training zeigt wirkung wir haben ihn durchsiebt wie ein nadelkissen und zum abschluss haben wir ein wunderschönes bild bekommen ein ork der um gnade winzeln während ihm der kopf von den schultern rollt